Hallo Leute, ich bin Sportkamera, ich bin Heu Georg, ich habe am Start hier mal ein kleiner Maximalversuch, drei Wiederholungen beim Kreuzsee mit 160 Kilo, für mich auch Neuland, so viel habe ich noch nie versucht, muss aber auch mal sein, vor allem nach den letzten Wochen, wo ich viel Ausdauertraining gemacht habe, mit dem Halbmarathon in einer Stunde, 37, Tough Mudder, 16 Kilometer, das ist halt, was ich ein bisschen beißt, 21 und 16 Kilometer laufen in einer guten Zeit und dann wieder das Gewicht beim Krafttraining steigern, ist mir aber wichtig, Ausführung ist ein bisschen lala, aber mir ist wichtig, wenn man ein paar Muskeln hat, dass man nicht nach 10 Minuten umfällt, wie manche Bodybuilder und könnt ihr mal reinschreiben, was ihr darüber denkt, Kraft und Ausdauer kombinierbar und ja, ich versuche mich die nächste Zeit auch hier ein bisschen zu steigern.